Herzlich Willkommen bei Husky Themen Leichtgemacht. Heute ein Unboxing von mehreren kleinen Paketen. Die sind in diesen zwei größeren Paketen verteilt. Und hier vorne steht nochmal dasselbe von Wildes Land. Wir schauen mal was alles dabei ist. So sieht die Probierbox aus. Und hier habe ich noch zwei weitere drin. Das sind aber genau dieselben. Eine davon machen wir jetzt auf jeden Fall mal auf. Hier kann man auch richtig süß noch draufschreiben für wen das ist. Zum Beispiel wenn man mehrere Hunde hat. So was in dieser Probierbox alles drin ist. Aber ich sehe gerade hier kann man den Namen auch draufschreiben. Das heißt wenn man das hier abmacht, was man ja wahrscheinlich tut, dann kann man es immer noch auch auf die Box schreiben. So dabei ist als erstes das hier. Wildes Land Rind mit Kartoffeln und Wildkräutern. Das ist Trockenfutter mit hohem Fleischanteil und getreidefreier Rezeptur und Monoprotein. Also nur vom Rind. Dann gibt es Trainingssticks. Die sehen so aus. Auch von Wildes Land. Und zwar von der Ente. Hier gibt es 60% Fleisch und Innereien von der Ente. Bio-Ente mit Süßkartoffeln, Birnen und Beeren. Das ist nicht so viel, aber 125 Gramm. Also eine kleine Mahlzeit wird das geben. Das ist aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft ohne Tierversuche. Hoher Fleischanteil, getreidefreie Rezeptur und frei von Zucker, Farb, Aroma und Konservierungsstoffen. Das hier ist das nächste. Das ist 400 Gramm Nassfutter vom Rind mit Süßkartoffeln, Heidelbeeren, Wildkräutern und Distelöl. So eine 400 Gramm Dose gibt es noch einmal mit einem anderen Geschmack. Und zwar ist das jetzt vom Huhn mit Karotten, Zucchini, Wildkräutern und Distelöl. So, das war in dieser Box drin. Ist auch ganz super diese Papierbox, weil diese Box kann man ja wiederverwenden. Man kann da Trockenfutter oder ähnliches reinmachen. Und dann hatten wir zwei 400 Gramm Nassfutter Dosen. Diese 125 Gramm Nassfutter. Diese Training Sticks. Und diese Probierpackung. 70 Gramm vom Trockenfutter. So, damit haben wir den ersten Karton ausgepackt. Dann geht es jetzt an den zweiten. Wo habe ich mein Messer hingelegt? Kori, du musst aufpassen. So, hier sind jetzt noch weitere Boxen drin. Das ist, meine ich, dieselbe Probierbox. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich so viele bestellt hatte. Aber eine haben wir dann hier ausgepackt. Außerdem war hier noch drin drei Packungen von diesen kleinen Rind. Fleischwürfel vom Rind sind das in 12 Gramm. Also eine kleine Probepackung. Und zwischendurch als Belohnung kann man das mal füttern. So, das war es dann mit diesen Probierboxen. Das war die Probierbox von Wildes Land. Kann man auf deren Seite bestellen, wenn man in das Sortiment rein testen will. Ich mache auch noch weitere Unboxings. Wenn dir das gefällt oder wenn du generell süße Videos vom kleinen Husky Gori, der hier immer wieder im Bild ist, aber sich nicht ganz zeigen will gerade. Gehst du auf die Seite? Ja. Wenn man da also noch weitere Videos sehen will. Der hat gerade genug hier. Der will jetzt essen. Dann abonniert doch gerne den Kanal und bleibt dabei. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss! 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 Das war's für heute. Hey! Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.